Servus und schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Irgendwie habe ich kein Licht. Echo, ich bin im Filmstudio. Okay. Wer sagt's denn? Smart Home. I love my smart home. Um was es heute geht? Ab heute kann man ihn bestellen. Den HomePod Mini. Warum ich den bestelle, erzähle ich euch später. Erstmal www.apple.de. Einen HomePod Mini in den Warenkorb. Okay. Liefertermin 7. Dezember. Wir sehen uns wieder, 7. Dezember. Die Wand die Wand. Die Wand. Die Wand.